Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Crash Bash Part 70. Und es geht weiter. Drei, zwei, eins, los! Und ich will das jetzt schaffen. Haha. Haha, alles bei Tiny rein. Und war toll, wie hätte man zwei auf einmal? Die ging aber schnell. Ja. 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 Das haben wir! Wow, ich bin gerade richtig gut Oh, verdammt Ah, der war fies Das war aber sowas von knapp Drei, zwei, eins, los Vamo' Hahaha Vamo' 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 Hm? Só fiz Oh Mann! Das war's für heute. Ah! Ah! Hmm... Ah! Ha! Woo! Try! Ich will jetzt nochmal gewinnen. Dann bin ich ja endlich weg. Hey! Natürlich bin ich der Erste, der was reinkriegt. Haha! Ich habe ihn! Jetzt ist er noch ein paar Hände. Ich kann das nicht weg. Ich bin der Erste, der er in der Erste, der sich in der Erste, in der Erste, um zu testen. Oh! Oh! Oh, ich bin gut! Oh! Oh! Oh, man. Nein! Oh Mann! Manchmal sind die voll unfair. Hallo? Hallo, das hättest du erreichen müssen. Was? Werde ich hier noch ewig dran sitzen? Nein! Manchmal fangen die die unmöglichsten Bälle. Und ich bin manchmal unmöglich. Gut. Ich bin manchmal unmöglich schlecht. Und jetzt bin ich gerade richtig schlecht. Ach, wenn mich so gut war. Was war das für ein Ball? Du versagst. Drei, zwei, eins, los. So langsam nervt mich das ja richtig an. Man kann leider keine Schwierigkeiten einstellen. Immer einschränken sie gerade. Was war das für... Also, so ich dir, so du mir oder was? Was war das für Geld? Um... Oh! Nein! Oh, Mann. Verdammt. Der Fang ist gut. Dafür kann ich jetzt gerade zwei auf einmal reingekriegen. Verdammt. 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 Oh! Hopf! Nein! Warum hat er jetzt gar keinen Schub gemacht? Ich habe Schub gemacht und er hat nichts gemacht! Obwohl ich Schub hatte! Oh! 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 Haha! Oh! 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 All right. Haha! Ah! All right. Warum konnte ich jetzt gar keine machen? Kein Schub? Oh! Oh, weia. Oh. Wärme doch gleich gar nicht zu langsam. Oh Gott, das war's. Oh, Mann. Los! Komm, ein bisschen rein. Oh, ja. Ja! Ein zweiter Pokal. Ich brauche noch einen dritten. Bitte, 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 bitte. Bitte, spiel, sei mir gnädig. Aha. Hehe. Ich bin ja gerade kaum beansprucht. Oh. Der ist ab meiner richtig schlecht. Verdammt. Oder, nee, ist gar nicht bei mir reingegangen. Oh. Richtig. Oh, Mann. Wow, kam der her. Cortex, du musst welche reinbekommen. Oh, Mann. Der ist gut. Ah. Das war's für heute. Ja! Ja, endlich! Da hat es sich jetzt mal gelohnt, diesen Part zu überziehen Da es jetzt schon 21 Minuten sind und mehr Endlich Beach War von der Backe Endlich bist du weg, Beach War Endlich wird dich abgehakt Da kann ich mich ja zunächst den Tilt-Panik anwenden beim nächsten Mal Und ich würde sagen, hier beende ich den Part Und das war letztes Blick Crash Bash Part 70 und bis zum nächsten Part